Sie gelangen auf dem Computer via WebReader oder auf dem Tablet und Smartphone über die kostenlose App auf das ePaper. Um die Vorlesefunktion zu starten, wechseln Sie in den optimierten Lesemodus und klicken Sie auf das Kopfhörersymbol. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich die Zeitung bequem vorlesen. Sie können das Vorlesetempo der beiden zur Auswahl stehenden Stimmen individuell einstellen und jederzeit vor- und zurückspulen. Untertitelung des ZDF, 2020